Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cockplay klar dass das jetzt kommt als sie angefangen hat zu stocken war mir klar dass irgendwas mit Cock kommen How to play with your Cock Minecraft Alter ist die Gewitterort das selbe Gewitter erinnert mich jetzt immer an so wie bei Garmis früher ja das war aber immer so nervig aber trotzdem war es irgendwo cool das ist immer so übertrieben laut gewesen ja das stimmt vor allem auf der einen Map war das ja immer so ne ich bin gar übertrieben das ist genauso wie bei Bad Wars ja wenns Bett hoch geht wenns Bett hoch geht Na hoch wie beim Poker wo ich so frage ich frag so so ein Typ der mit frage spielt frage ich so und gehst du mit und er so wohin Alter I have a laufende Nase bad dick I have a dream die I have a dream I have a dream I have a dream das ist das Lied das da jetzt hier das von Beckham Hälter Anomnie heißen Welcome nicht ganz okay das Lied da oben geht es auch noch weiter ich gehe unten weiter wir machen jetzt wir machen jetzt wir machen jetzt ach jetzt hier ist das Tunnel zu Ende also muss ich da hochgehen also jeder geht das Stück für sich da mit mal schneller sind was heißt mit mal schneller sind einfach nur Leuchte mal das Auslösung sieht man so viel gibt es nicht ja mach ich Ruhe Bobo auf der reichert auch nicht ich bin schon mal es war bei einem Wort er ist gut bei dem Land und ich tun wir uns die jonas gut sind millioner als er ist und unsere unsere die Türo Gruppe die Tour wird angehoben auch von der Spitze ich muss jetzt mal auf meinem Handy schnell ignorieren Prozent jetzt stelle erhoben so er stellt es ja noch auf stumm der Ausbildung an das wird gekriegt er muss mal gucken weil er hat sich jetzt garantiert um bei mir runtergepegelt oder so musste man bei bei meiner Audiospur gucken dass die nicht auf einmal viel leiser oder viel lauter ist jetzt bist du wieder normal ja das hört sich immer relativ normal an bei mir oder nein nein du hast dich eben richtig scheiße angehört und jetzt hörst du ja so schlecht von der Qualität als ob ich ne Kackverbindung hab ja, von der Bambusleitung ja das hörst du bei mir 24 7 das ist eine relativ gutere Leitung noch zufrieden demnächst weil sie hier ja auch oh ich hab gedacht erlichten Bogen und auf einmal stand dann Skilett und dann dann fliegt so eine scheiß Fledermaus in mein Schwert was wollen sie was wollen sie bei dir äh unsere Leer die Leitung die hier liegt bei uns im Dorf äh auf welches Dorf ja bei uns wer ist das nein sagt jetzt nicht jetzt einfach nur dass ich das ausblieben muss ja komm das hab ich nicht schlecht gemacht dein letztes Mal hab ich nicht angeguckt na ich guck doch nicht dein ganzes Part ich meine komm ey wenigstens bis dahin junger ich hab mir teilweise ich guck's mir noch mal teilweise an aber ich kenne es einfach ich höre die beste Szene man nee Paul Alter ich hab noch ne Schlucht gefunden glaube ich jo Alter Alter wo geht's hier lang ich wollte das mal ich hab gedacht die ist eigentlich kurz gleich zu Ende nur wisse ich guck mir doch kein Video an wo ich dabei bin weil ich meine ja ja du weißt was hinter dem Piep steckt was sagen das Leben das Leben hinter dem Piep okay ich sag euch jetzt etwas was zum Teil ausgepiept hat Köln so richtig so richtig schlecht betont Köln fast fast wie bei uns im russischen Unterricht wenn die die äh die CD Spreche nah und arme nah wir sagen das noch schlimmer ja aber die Betonung war schon gar nicht mal so schlecht also ich würde jetzt Kompliment machen aber das denken Leute aber halt auch von uns wenn du denkst so Alter Leute ich hab ich hab nach jahrelang unter Tage geh ich wieder runter hier ist zu hell ist da ich hab nen Weg nach draußen gefunden das das no live projekt oh man ob das noch jemand kennt unsere Abonnenten schrägstrich deiner achso ne ich hab das ja auch aufgenommen achso ja das hab ich damals mit aufgenommen weiß ich nicht das war noch beim alten Kanal ich glaube nicht weil bei mir hat es nämlich auch keiner geguckt ja zu recht Alter deine kacke auch juck mal die damals ich hätte ja damals so wuuuuuuu so ne Stimme 1 wuuuuuuu 2 du hast die ausgefunden nee viel besser ich sag mal viel seltener ähm Körbiser Körbiser Emeralds danke mach sie zu schwer ich hab einfach nur drauf gewartet was du sagen willst also ich hab mir fast gedacht dass du Emeralds meinst mehr klar sind Körbiser für alle die sich wissen Fun Fact am Rande Körbiser sind seltener als ähm Diamonds in the sky it's shine like diamond it's diamond and the sky ich hab einfach Eisen abgebaut also ich wollte eigentlich noch ne Tunnel entlang gehen hab ein Eisen abgebaut auf dem Weg war und unter dem Eisen ist einfach mal noch so ein gigantischer überdimensionaler Tunnel so ein schwarzes Loch und du verstehst was ich meine so ist kummer Vater bei dir filmet Let the church in the village I think there is spider Gaze trip ich hab äh alle alle die das sehen geht mal zur äh zu 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 nein der hat das doch nicht aufgenommen ja na und geht so äh geht so True Potatoes und fragt mal Jonas was Gaze Trip heißt was wir sowieso keiner machen aber wär aber nur wär aber auf jeden Fall mal ist ja lustig also ich werd's machen weil ich meine es wär schon cool wenn wenn auf einmal die haben uns das ja nur erzählt weil wir müssen sagen welche Leute es wär schon cool ja I think I spider ja hier ist ein hier ist ein hier ist anything Gold anything at all oh weißt du wer richtig der Buster ist nein Blackbeard 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 du glaubst du spinnst richtig groß ja genau Blackbeard 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 hier geht's auch nochmal runter ne geh ich jetzt hier runter oder geh ich den anderen Weg entlang ach komm ich geh jetzt mal hier runter wo wuhuuu Alter diese Mädchenschrei einfach nur Alter was war das ich bin grad fast gestorbt gestorbt ah hier gehts nicht lang Alter Alter dieser Mädchenschrei einfach nur das macht ja mal aus Prinzip, weil es einfach nur lustig ist ja ja, hätt ich jetzt auch gesagt ja, schon okay, ich werde es auch keinem verraten ich wollte Eisen abbauen und auf einmal habe ich einen Block abgebaut und war auf einmal achso ich komm über mir war auf einmal Lava ich denke erst bei einer ok, ich wollte gerade sagen, ich komme von da unten und fall runter ich bin hier gerade in so einer Minimal-Schluchte, das ist keine richtige Klucht aber es ist wie so ein Spalt in der Erde ein dunkler Spalt, der muss das ausleuchten rosen, äh nein, nein alter, halt die Klappe, ich möchte das nicht, du kannst in deinem Part sagen okay mit deinem oh, ich hab schon wieder MRLs in the sky oh geil, du kannst ja eine Emerald-Ext machen Emerald-Ext wäre cool, wenn man was aus MRLs machen könnte also was so gut ist vielleicht wie Eisen, aber halt mega lange dafür hält ja das wäre cool bei wenn es wäre ok, wenn es besser wäre als Gold, als dir aber es wäre ok, wenn es halt Dings ist, ne ja wie viel Eisen hast du? ach toll, hier geht es einfach nicht mehr weiter zwei Stacks und sieben ja ich hab noch mal, ich hab ein Stack und elf ja das ist einfach ein Stack mehr ja und ich hab, ich hab aber zwischendurch auch mal vier und ich hab solche Ebene, nehm alle mit, wir können es gebrauchen ja 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 ich hab das, das hab ich halt nicht hm das ist das einzige was ich noch nicht habe das ist voll abgehoben ey ja ich bin Thomas, ich bin voll der Pro schon so richtig wenn ich der Pro, wenn ich der Pro, dann bräuchte ich die Bücher nicht ne ich mag, ich finde ich ich bräuchte die nicht unbedingt, aber ich hab sie einfach weil ich sie so cool finde ja das stimmt geht ne einfach weil in Minecraft it's a diamond in the sky ja wir wollten einfach nochmal Mojang sponsern bevor es Microsoft wird ich hab gleich keine Dings mehr keine Eisen keine was kein keine ich hab noch 6 Eisen, komm her was keine Pickaxe mehr warte meine Held noch 180 Schläge ja also 180 Blöcke so rum 9 hast du noch, hast du noch gebraten gebratenes, gebranntes Eisen? nope ok i think i spider hier ist nein, 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 nein ich bin grad in den Lavasee gefallen und? hast du überlebt? Wasser gesetzt, gleich hinter mich also du wärst rein von der Theorie her ja verrat äh ja ich habe grad Gold gefunden wie viel Gold hast du? wahrscheinlich mehr hat sich hm, warte ich komm mal ich guck mal, ich habe 3 Emeralds und 6 Gold nur ich hab 5 Gold ha, ich hab mehr ich hab das hab ich, hab ich doch gesagt und bist du? da ach da frei hier hier ist die Hälfte ähm, ja ich brauch ne WorkPitch ach so hier warte hier da da Dankeschön kannst du behalten krieg ich nochmal 3 warum also ich hab ich hab selber nur noch 3 und ich meine Hälter auch nicht mehr hä? ich will keins Braten ich hab auch nur noch 3 ich gebe trotzdem 3 nein warum nicht ne über dir ist da hinten ist Ei da war Eisen ich hab genug Eisen nimm doch das Eisen mit warum nimmst du es nicht mit? weil ich das eben erst gesehen habe, als ich mich umgedreht habe und da hab ich es zu dir gesagt ja 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 sich saufen sie alle und dann sind sie schwanger, ich weiß und immer bin ich's sorry ich mach mir jetzt Kohleblöcke erstmal ja mach das das war schlau jedes Platz sparen und ich stehe nicht kurz vor um das ist der die Platz vor die Stiftung und es ist ich weiß auch nicht warum ich holzt Treppen dabei ja auch mit einem Zünder ich einfach mal genau 4 6 der Kohle ich hab grad habe läuft ja wir haben noch eine Minute, willst du noch irgendwas sagen Paul? ich bin cool ne aber du bist etwas, dass ich auf cool rein cooler? ne cholera 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 da ne 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 pf ne 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 Sauer weiß ich nicht vielleicht in was die Ruf toll ist ein ganzes Holz für eine Wirkwitsch ausgegeben und jetzt habe ich nicht mehr verpackt um die Wirkwitschel noch da ich habe zu stehen lassen ich habe gesagt sollte sie dir können schenke ich dir habe ich gesagt und das ist aber lieb ich bin jetzt noch mal einfach weil es keine Idee war Nein Nein Du bist die Zombie Apokalypse Alter ich habe nur zwei Herzen, zwei Herzen und drei 23 Zombies Alter wo kommen die alle auf einmal her Alter wo bist du denn ich weiß ja nicht wo du bist Ich denke gleich Spider Yes, I think you're Spider Ja Oh hier ist auch ein Ofen Zwei Herzen Bist du wieder runtergegangen? Ah ist noch eine Bulle noch zu Bist du hier runtergegangen? Komm zurück Warum ist da unten ein Gang zu Ende? Nee noch nicht aber ich will meine Lockpitch abholen Warte ich bring sie dir mit Soll ich dir auch den Ofen mitbringen? Ja gib mal her einfach Alter du kommst es nicht mit oder? Doch weil es ist nicht jeden anderen Weg Ich suche den eigenen Weg Alter Alter Rade aus Ha ich hab dich nicht aufgeführt es geht jetzt hier lang Haha Bist du witzig 40 spät sich okay ich muss jetzt aber um eins dazu sagen und zwar geht es in der nächste woche weiter in der nächsten folge bei dir dann wirklich wir müssen doch jemand werden zurückgehen da ist noch mehr aber ich glaube ja wir machen jetzt erstmal erstmal schluss aus mickey maus links lebt die welt nicht okay auf jeden fall ich hoffe es hat euch gefallen die kleine höhlen tour bei der paul fast gestorben ist schon oft fast gestorben aber ich habe es jedes mal überlebt gegen das zu tun ich habe nicht umsonst gesagt aber alter ich hatte nur noch ein halbes leben hat es ist die ganze zeitgemäßigen sprinter also zu sehen hat ein bisschen ist mal ein guck bei thomas vorbei lassen positiv bewertungen er bei mir also musste das jedes mal sagen ich habe zu sehen das ist das ist das ins kriegen schaue wir hatten